Hi Leute, zählt es euch an? Der Keule ist wieder da. Lange war er weg. Lange hat er gar nichts gemacht. Ich würde aber 10 Videos voll machen, um euch zu erklären, was da los war. Schon wieder versucht er euch zu erzählen, von wegen, der hat was vor, der macht was, der zieht durch, der knallhart, ja, ja. Das macht er. Scheiße hat er gemacht, hier. Kleiner Pisch. Aber, das hatte andere Gründe. Die werde ich in den nächsten kommenden Upvideos auch mal erklären. Die werden ich in den nächsten Videos mit Sicherheit auch mal erklären. Was ich sagen kann ist, wieso war ich das denn so? Warte mal, Riedmatrik 17. So, um euch das mal zu zeigen. Guckt euch das mal an. Am 01.06.2007 habe ich diesen Fakki-Kanal erstellt. Das wollte ich euch einfach noch mal zeigen. Ich war vor Ugo und Mantela, klar. Ey, ich kriege mit dem Handy bessere Effekte, ach man, egal. Ich hatte vor, hier groß zu werden, hier irgendwas zu versuchen und hab's auf die gleiche Schulter gemacht. Darum bist du aus dem Kanal die ganze Zeit nichts geworden. Ich hab zwei Videos hochgeladen und dachte, boah, mal gucken, wie es läuft. Und da war keine Views drauf, war ich abgefahren. Aber was hab ich erwartet? Ich war auch in einer ziemlich depressiven Phase da zu der Zeit. Da können wir auch gerne in Videos drauf kommen. Ich hatte selber sehr viele Probleme. Aber wie ich jetzt gesehen hab, der Kanal ist durchs Nichtstun, ich muss da den Knopf drücken muss, ist auf diese Größe gewachsen. Durchs Nichtstun. Leute, also irgendeiner wartet ja drauf, dass ich weitermache. Ich hab auch mehrere privaten, also hier, was heißt früher, Nachrichten gekriegt. DMs nennt man's glaub ich bei Insta. Also, mir hat viele geschrieben unter den Videos und auch über die E-Mails. Was los ist und Kanal voll gut aufgebaut, schon voll alt, 2007. Manche haben auch Scheiße geschrieben, klar, wie immer. Ja, wie soll ich sagen, wieso machst du nicht weiter, dann fing doch nicht gut an und blablabla. Ja, ich hab mich auf mein allgemeines Glück verlassen. Ich war, wie man in Köln ist, vom Englisch überpissen. Ich hab immer viel Glück. Falls Susco das Video sieht, kurz geht raus. Der kann das annehmen, was den Loot in Games angeht, mit Sicherheit bestätigen. Ja, der eine oder andere auch. Ja, ich hab zu viel erwartet, ich hab's mir leichter vorgestellt. Ich hab gedacht, es wird schon, es kommt schon, es regelt sich alles von selber. Farkenscheiß, da regelt sich von selber, gar nichts regelt sich. Du musst tatsächlich dranbleiben. Was die alle sagen. Zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Ich bin ein Mensch, der kann aber nicht mit Enttäuschungen und Rückschlägen umgehen. Dann wird schnell das T-Shirt zu eng, weißt du, ich meine. Ja, so war das nämlich zu dem Zeitpunkt auch. Aber ich habe, ich habe, Leute, ich habe... Achte, ich habe mir einen Blog dahin gelegt, für eventuelles Skript. Da steht ja sogar schon mal drauf. So, Dip-Video, Burger-Vergleich-Lieferant, finale Vorstellung, Skriptet. Digger, da gebe ich dir aber nichts zu, weil die ist absolut out of Skript. Scheiße, ehrlich. Ein bisschen was an der Beleuchtung gemacht, keine Ahnung. Einfach so ein Teil bestellt, weil die auf dem Boden rumliegt, ja. Keine Ahnung. Also nichts Tolles. Daumen abartet bitte bei den ersten 5, 6, 7, 8 Videos. Take the process in mind. Also, es wird besser werden. Es wird besser werden. Es wird besser werden. Es wird besser werden. Scheiße. Cript-Job. Grüß deinen 15. Oh, das war Chris. Alter, was für Chris. Ich habe da immer noch Bock drauf. Genau wie ich das in den ersten Videos auch gesagt habe. Ich habe immer noch Bock drauf. 3 Minuten, du bist gut, cool. Äh, ja. Ich darf mich nicht immer festlabern. Viele haben auch geschrieben, vor allem meine Nichte. Die meinte, red doch mal was langsamer. Das ist, ich will so viel mitteilen, so viel sagen, was erst vorher war. Das klappt nicht in einem kurzen Vorstellungsvideo. Ja, ja. Heute wird ein guter Tag. Boah. Egal. Cringe. Leute, wisst ihr Bescheid. Ich brauche, ich habe 2021 schon gesagt. Easy Ding. YouTube. Machen wir YouTube. Klappt schon. Scheiße. Gar nichts hat geklappt. Äh. Ich erwarte nicht von tausenden Abonnenten innerhalb von Monaten oder bla bla bla. Aber wo ich jeden Einzelnen, der das hier sieht, der Bock drauf hat, der denkt, ach komm, gib ihm noch mal eine Chance. Er entschuldigt sich ja gerade. Entschuldigung. Bewertet. Schreibt irgendwas drunter. Lösch dich. Äh. Du Huren. Super. Nee. Gute Idee. Blah. Irgendwas. Ihr müsst noch nicht mal abonnieren oder auf die Glocke drücken. Ich würde erwarten. Was heißt, ich würde erwarten? Ich würde es gerne sehen, dass ihr schreibt. Ey, gibt es schon. Ist scheiße. Ja, da kannst du was dran machen. Da kannst du dran feilen. Ich brauche Anregungen. Ich habe so viele Ideen. Mir explodiert der Kopf. Die ersten Videos, die ich hohe anmelde, sind zum Beispiel, äh, ein paar Versus Sachen. So. Ich habe da ein paar coole Dinger gefunden. So. Superbike versus Crossbike. Das gibt ein gutes Video. So Dinger. Ähm. Ganz klar Reactions. Reactions auf jeden Fall. Sicher. Reactions auf Reactions. Da auch. Ne. Aber das ist halt so ein Ding, das macht jeder. Jeder macht das. Was? Was? Aber was willst du anderes machen? Destiny? Battle 2442? Streaming? Best of Dreams? Vergiss es. So ein Ding wie Varian? Haha. Ich habe zwar viele Persönlichkeiten, aber... Varian ist un top of the world. Wer ihn kennt. Kurz geht raus an Varian. Ähm. Ja. Ich hatte ein Treffen mit Markus Krebs. Mit Kaya Jana. Äh. Pff. Ja. Es hat wirklich geklappt. Die Videos sind sogar als Beweis hier auf meinem Kanal. Kleiner gucken. Und was passiert dann? Lockdown. Covid. Bla. Sils. Ach. Dann noch hier die Hauptjob verloren. Durch diese Scheiße. Komplett am Boden gewesen. Das sind nur so ein paar kleine Sachen, die passiert sind. Sechs Minuten. Du bist nicht der Geule. Ich guck sogar in die Kamera. Äh. Ja. Einfach nur so ein kleiner Auszug. Ähm. Wie gesagt. Ich bräuchte eure Hilfe. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere sagt. Alles klar. Das war scheiße. Das war gut. Tipps. Tricks. Leute. Das Format ist ausbauffähig. Alles mögliche. Alles ist willkommen. Ich versuch das jetzt 2022 nochmal. Äh. Ja. Boah. Digga. 15 Jahre Kanal. Dann sollte er langsam mal durchstarten. Oder? Auf jeden Fall. Es werden viele Sachen zu Gaming kommen. Reactions wie gesagt. Versus Dinger. Ich brauche die Community, die mir sagt. Kommt an. Kommt nicht an. Halt. Habe ich glaube ich alles schon zehnmal gesagt. Digga. Boah. Darum Skript. Ich bubbel einen Scheiß. Egal. Bin halt ich. Bin halt ich. Bin halt ich. Videos kann euch freuen. Definitiv. Diesmal. Also Videos mache ich auf jeden Fall. Ob die einer guckt. Dann hätte ich mir scheißegal. Ich steh kurz vor den tausend Abonnenten. Jetzt brauche ich Watchtime. Guckt meine Videos. So then I can get monetized. Boah. Ich kann mir auch die Brüste so ein bisschen rausdrücken. Mache ich so Cleavage-Videos oder Hot-Trap-Videos. Nein. Keine Angst. Ich ziehe mich nicht aus. Hahaha. Check mein Oliphate. So cringe, Bruder. Bis dann gescheit. Hau da rein. Ich mache jetzt hier aus. Tschö.